Ich fahr gern. Eingang. Keine Bremsen. Kann nicht anhalten. Will es auch nicht. Wir haben ihn. Wiley, ich hab ne Sendung für dich. Eilpaket, vermassel es nicht. In New York City. Hallo? Wiley? Wenn alles an dir hängt. Hey, Jersey, beweg deinen fetten Arsch! Kann eine Menge passieren. Ich ruf dich an, wenn ich geliefert hab. Jetzt ist es 17.33 Uhr. Es muss bis 7 Uhr dort sein. Das ist extrem wichtig. Ist es immer. Danke, schönen Tag. Hey, den Umschlag, den du gerade abgeholt hast, brauch ich zurück. Naja, ist er erstmal in der Tasche, bleibt er in der Tasche. Du hast keine Ahnung, was dir blüht, wenn du den Umschlag nicht hergibst. Warum mussten sie unbedingt mich anfordern? Die Typen, mit denen du dich eingelassen hast, haben echte Probleme. Leben und Totscheiß und so. Was ist los? Scheiß Situation, ich will dich da nicht reinziehen. Brauchst du Hilfe? Sie kommen zu spät. Verhandelst du etwa? Verlass dich drauf. Wiley! Was ist das? Bossin, ich will dich bei dir. Geh. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020